Hallo ihr da draußen, wir möchten mit euch eine kleine Challenge veranstalten. Doch erst möchte ich euch nochmal Etienne vorstellen. Etienne ist ein neuer Trainer hier im Team, der sich schon tierisch darauf freut, mit euch zusammen wieder durch zu starten. Und Etienne möchte heute mit euch eine kleine Challenge machen. Das ist quasi Sit and Jump, möchte er machen, eine Minute lang. Ja, es ist ein Stuhl mit ca. 50 cm Höhe. Etienne einmal kurz bitte vormachen, stelle ich einmal kurz hin, zeige dir wie du mal, die wir machen möchten. Einmal kurz Sit and Jump, Sit and Jump, Sit and Jump. Okay, ja, das machen wir eine Minute, wenn wir dieses durchführen. Ich wäre froh, oder es wäre schön, wenn ihr in den Kommentaren vielleicht ein kleines Video hinterlasst, wie viel ihr schafft. Ja, und ich nehme euch schon mal die Stoppuhr raus. Und dann würde ich sagen, wir starten, ja, bei 3, 2, 1 und dann geht die Post hier ab. Okay. Sehr gut, Etienne, sehr gut. Die ersten 10 Sekunden mit Rumpf, für alle da draußen. 20 Sekunden. 30 Sekunden sind jetzt um. Ich höre schon den Atem von Etienne, ja, der wird immer ein bisschen heftiger. Okay, 45 Sekunden sind jetzt rum, noch 15. Und bevor ihr das selber nachmacht, bitte auch nochmal nachzielen, wie viele Sit and Jumps Etienne geschafft hat. 3, 2, 1, go. Und fertig. Finish. Yeah, schlag ein. Sehr gut. Alles klar. Also, viel, viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich auf eure Videos. Bis bald. Tschüss. Ciao.